Wenn du keine Luft mehr bekommst. Schatz, ich will kuscheln. Ja, dann komm her. Was ist das? Ihre Haare sind in meinem Mund. Ey, ich muss die wegkriegen. Es ist so bequem auf ihm. Ist sie schwerer geworden oder bin ich einfach nur ein Lauch? Es geht nicht mehr. Ich geh gleich runter. Danke, lieber Gott. Oder doch nicht, es ist so bequem. Wallah, Krise, allen hilfst du genug.